So, herzlich willkommen hier bei Elliot. Bin ich 6 live angezockt. Keine Ahnung was das für ein Spiel ist. Ich habe schon alles eingestellt. So, mehr weiß ich noch nicht, wie es ist. Mach doch mal. Ah ja, Speedballmodus gibt es noch. Seit hier ist der Normalmodus. Und ich weiß nicht, was geht oder was ist. Wenn einfach mal ein paar Minuten mal gespielt. Ja. Mhm. Toll. Skippen kann man noch. Okay. Ja. Tja, die haben mir auch viel zu erzählen. Ah so, können echt reden. Okay. Die Flume ist still, hab ich's. Hm. Ja, da guck da. Da guck da. Ja. Ja. Als Stopp müsste sowas wie ein Jump'n'Run sein. Erster Fehl. What? Alles klar, ich hab gar nichts gemacht. Gut. Ähm, abgeraucht. Was ist das? Ähm, hä? Ja, was kann ich überhaupt machen? Ja, Steuern wird nicht erklärt. Gut. Ja, ähm. Ja, erst mal quasi, ähm. Tutorial. Okay. Das ist doch schon mal cool. Aber und. Aber knapp. Spring trotzdem mal rein. Na. Gibt eh nicht drauf her, oder? Na. Hm. Ah, cool. Da kann man hier quasi überall hoch. Oh, dann kann man aussuchen, welche Richtung man fliegen will. Das ist doch schon mal cool. Schnell laufen. Gut. Hm,vens! Wie. Äh, der wird geparkt. Gut. Ja, wenn, jemand ist da schon allesセ Forst. Ähm, so was wie Speed-Level. Äh, Speed-Level, Speed-Run. So. Okay. Ja, warum nicht? Das ist Gottverdammt immer schön, Junge. Ui. Was ist denn der? Äh. Shit. Le Shit. Wuhh. Hä? Ähm. So. Boah, das ist ja... Komisch. Also, dann kann man nochmal springen. Da muss man dann einsammeln, sonst geht das nicht. Ach, man kann halt nur einmal in der Luft machen. Immerhin muss man so ein grünes Ding da einsammeln. Na cool, der wird gepackt. Cool, ja. Oh, der erste, äh, Gegner. Dash. Dash. Umlaufen. Na, ja. Nee, da kann man, was? Ja, äh, kann man machen, ey. Hier, ich muss ein... So, äh, pfff. Ja, ich muss ein... So, äh, pfff. Jagdfleisch, cool. Ja, schade, dass es keinen Doppelsprung gibt. Das wäre noch cool. Oh, ja. Oh, das. Ja. Oh, zwei. Ähm, motherfuckers. Hm, langsam klappt es. Cool. Na, wieder Trophäe. Cool, gefällt mir auch. Ja, wird wohl auch Endgibner geben. Aber da man hier nur nicht so viel kann, würden die wahrscheinlich schwer sein. Na, hier war schon nur drin. Da. Komm, man muss sowieso fünfmal schlärben. Ja. Geh mir mal ein Trophäe näher. Hm. Sieben. Acht. Nein. Zehn. Na gut, dann nicht. Hm. Ach, ach so, da war was. Äh, ne? Hm. Ähm. So. Cool, mehr. Oh, ja. Warum nicht? Ah, was? Fehlt sich ja noch eins. Wo war denn noch eins? Hm. Oh, ja. Jetzt kommt hier eine andere Welt. Ich guck mal generell mal, ähm, wie das hier jetzt aussieht. Ähm, äh, Levelungswahl hat oder was. Continue. Ah, können wir Levels aussuchen. Äh. Kapitel 1. Äh, drei Levels, okay. Da fehlt ein Gegenstand, okay. Und dann, äh, ja. Solche gibt's denn überhaupt. So, okay. Elf Stück. Ja. Äh, äh, definitiv, ähm, 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 tja, macht auf jeden Fall Spaß. So, mach hier ein Level noch. Cool. Ja, Jump and Run. Zusammen machen. Auch Spaß. Ich werde eine Eulichkreuz. Hm. Oh! What? Ahn... The Death! Ah, cool. So. Ja. Hä? Dann muss man erstmal... Neu ansammeln dann. Okay. Also so. Ne! Was denn da? Tja, ah, hier ist noch einer. Okay. Hm. Ja, so einfach ist es doch nicht. Ja, was will ich denn gegen die Motherfuckers da machen? Hm? Komisch. Na ja. Was? So, ähm, ja. Tja. Muss man da jetzt so... Boah, ist nie was. Geht ja gar nichts. Wie soll denn halt gehen? Na, ich hab gesagt. So. Einfach. Ist es dann wohl nicht? Was? Oh, die Idioten da. Oh, die Idioten da. Ich gebe mir mein Trophäen her, wenn ich das spieldeutsch packte. Es ist mir... Ah. Ah. Was? Okay. War aber schon knapp. Also irgendwann braucht er entweder eine neue Fähigkeit oder... Ja. Oder mehr grüne Dinger müssen da rum sein. Äh. Okay. Tja. Rutschparade des Tores. Bitte. Rutschparade des Tores. Warte. So. Ähm. Äh. Was denn hier? Ja. Schade, dass man jetzt runter gucken kann oder so. Wahrscheinlich schon irgendwo vorbeige... Ne. Nicht vorbeigelaufen. Noch nicht. Boah. Okay. Ähm. Warte. Ich hab's schon gemacht. Tja, ja. Hier ist noch gefreckt. Da. Da kotzt er. So. Lass mal. So. Irgendwas hier. Keine Ahnung. Irgendeinen befreit. Was hat man bekommen hat. Anscheinend nicht viel. Was hat man denn? Was hat man denn? Was hat man denn? Was hat man denn? Oh ja, sonne. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Missgeburten. Oh ja. Oh ja. Vielleicht fehlt hier irgendwas. Ist mir egal. Ist noch der Empfakt. nicht mehr. Oh ja. Oh ja. Ach so, das ist eine Bombe. Wie viel wir hin. Da, tun wir mal hier. Was abkürzen. Ne, aber auch nicht. Ah gut, hab's aber irgendwie zu der Level gepackt. Nix gefunden, egal. Ah, keine Zeit. Na gut, das Tier brauch ich jetzt nicht zu holen, wenn ich die anderen Tier verpasst hab. Ja, dann jetzt wohin. In den Tod. Hä, wohin denn? Ha. Ja, da war schon... Ja. Ja, könnten da so ein Kompass hin machen, wo man sieht, wo man hin muss. Na, okay. So, ich lehne jetzt einfach mal hier durch. Ohne irgendwie großartig... Ähm... ...patzpacken. Ach. Na ja. Na ja. Okay. Ja, wie man sieht hier wird halt immer schwieriger. Wie weit war ich überhaupt? Na ja. Na ja. Auf jeden Fall cooles Spiel. So, was das hier soweit auch gemacht. Ja, klar, Gegenstände noch verrafft, aber... ...die findet man wohl noch. Muss man immer noch mal machen. Na ja. Habe wirklich ein bisschen was zu tun. Na ja. Aber auch nicht. Cooles Spiel. So, hoffentlich hat es euch gefallen. Ich danke Ihnen jetzt. Daumen hoch. Ähm. Geht mir gut ab. Und, ähm. Tja. Das war's hier mit mit dem Spiel. Und euch noch einen schönen Abend. Das war's hier mit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann.